Jetzt geht es los mit unserem ersten Vortrag, der von Edith Tahu bekommt. Und wir haben noch eine kleine gruselige Neuerung für meine Schüler, das ist, dass sie ihre Songs selber ansagen müssen. Come, darling! Ja, hallo, Esma! Herzlich willkommen! Ich fange heute an mit einem Song von Nora Jones. Und zwar handelt der von dem Gefühl, dass man hat, wenn man eine Chance verpasst hat, und sich nichts sehnlicher wünscht, als diese Chance nochmal zu bekommen. Von Nora Jones. Der Song heißt Don't Know Why. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020